Sooo, und da bin ich auch wieder minimaler Cliffhanger, nicht egal. So, da wird man direkt wieder von dem Ding gehauen, ich drücke wieder direkt S. Egal. So, wir sprinten hier mal kurz durch, zack. Weil ich versuche ja immer noch hier durch die Mitte zu fallen. Diese winzig kleine Mitte. Oh gut, das ist irgendwo bei dem Jahr. Ja, so jetzt flüchtig durch zwei Parts, mein lieber Freund und ja. Oh, ich hab so Angst. Ich lass mich jetzt einmal fallen. No, das prägt mich auf. So, einmal kurz. Ja. So. Das nervt. Ich drücke schon, warum ich immer S. Das kann doch gar nicht sein. Hm. Den, 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 den. So. Pff. Mehr von. Hier, man. Aufsehen. Ähm. Ja. Schön, dass ich verarscht werde. Weil man anscheinend hier irgendwo runter muss. Ähm. So. Ein bisschen wegsuchen. Bisschen. Ich schätze mal, ich kann hier lang und dann irgendwie da runter. Anders macht das jetzt erstmal keinen Sinn für mich. Ähm. Ja. Gut. Schön zu wissen, dass ich die Zeit verschwendet habe. Eieieiei. Okay. Ich hoffe, ich finde zum Partende noch einen Speicherplatz, zu dem ich auch gut und schnell zurückkehren kann. Oh Mann, du musst kackfliegen. So. Oh oh. Oh. Zack. Alles geschafft. Yep. So, dann wissen wir, dass... Tralala. Äh. Ja. Hier kommen wir zu. Ja. Mann, das sind alles so voller Fallen. Das ist so böse. Ich will das nicht. Dann komme ich darüber eigentlich leichter zurück. Rein theoretisch sieht es zumindest genau aus. Aber... Da, da, da. So. So. Hör doch mal auf jetzt. Baaang. So. Okay. F drücken. Und... So auf die Reise machen. So, dass man sich, glaube ich, merken kann, den grünen Pilzen darf man eigentlich nicht vertrauen. Ich finde die auch sehr geschickt von dieser Höhle, weil, ähm, ich meine, die Pilze wirken dann irgendwie so vertraulich, weil... Okay, Licht... Und dann... BAM! Death! Okay, hier so runter sollte ich sogar. Ich hab grad so schissen. Wieder irgendwo runter zu klatschen. Aber wo runter zu klatschen. Hier sind wir jetzt am Punkt hin. Leider sind es noch keine 350. Au! Mache dir Licht so, Luchs. Ich hör doch irgendwas. Das macht einen doch wahnsinnig. Das ist doch nicht mehr schön hier. Nein, hört auf. Wunderbar. Ganz doll nett. So, meine 300 Punkte sind damit jetzt also auch flöten. Ich könnte... Ich werde diese ganze Höhle ausrotten. Mh... Jetzt sterbt ihr alle. You can't. Das ist okay. Hab keinen Bock mehr. Deswegen muss ich das alles hier rauslassen. Das einzige Problem beim Levitaten ist, also beim Schweben... Das kostet extremst viel Ausdauer. Also richtig viel Ausdauer. Und ja, das nervt. Einfach immer große Sprünge machen. So. Stamina heilen. Please. So. Und weiter geht die Reise. So. 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 Aura. Jetzt ist doch mal gut hier. So. Verrecke. Stab an Vergiftung. Ich hoffe, dass es ziemlich cool wird. Zumindest, dass die Vergiftung auch bei Endbossen zählt. Okay, das... Finde ich jetzt nicht cool. Also das... Also auch eine Sackgasse. Ja, aber da ging es nicht durch. Da war nur der Sumf des Todes. Was? Ja, das wird ja witzig. Kann ich mir noch vorstellen. Okay. 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 Also langsam regt sie mich da auf. Nein. Lass los. Ja. Nee, nee. Oder ich hab genug von den Klebel. Gut so. Ihr nervt einfach nur noch. Sorry. Zack. Ich will jetzt echt. 350. Oh. Spack. Ich vergesse gar nicht, dass die fest sind. Ey. Das ist ja ziemlich von einer Panik. So. Ich gehe noch mehr durch als der Solux, ey. So. Zehn Minuten damit verbracht. Absoluten Müll zu tun. So. Ja, ich versuche jetzt einfach mal... ...hier hinzukommen. Auch wenn das auch wahrscheinlich ein Sack ist. Aber ich bekund jetzt einfach mal... ...den ganzen Mist auch noch da hinten. Jetzt mit meinem eigenen Licht sollte das ja... ...menigst etwas einfacher... ...sein. ...hatte ich gehofft. Aua, aua. So. Ich sehe hier so wenig, ihr kleinen Schweine. ...hier hinzukommen. Äh. Ehh. 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 So. Ehh. Weißt ihr dass... Weißt ihr das denn nicht? Genau. So, dann dieses Mal bitte NICHT in den Grünsummflumpflerven Pizza. Und ich weiß es doch nicht... ...so. Juh. Hüya. Er ist etwas Bundesiser. Soll ich doch beinahe sagen. Ne. So, ich gehe jetzt erstmal hier hin zurück. Aktiviere mein Licht. Und erstmal wieder ein bisschen zurück, weil, keine Ahnung, ich will erstmal erkunden. Licht leveln und so. Ja, mit mir auch sowas. Finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Okay, die Pflanzen kann man also in dem Sinne nicht töten. Dieses Auge ist so creepy. Ich meine, diese Augen, sorry. Okay, was ist das, was ist das? Oh! Der hätte mir viel Damage gemacht. Also, der will dann explodieren am Ende, okay. Dann wissen wir das. Okay, diese Pflanzen sind auch nicht cool. So auf Dauer. Hm, okay. Ich muss ein bisschen ranzummen jetzt, damit ich auch sehe, wo ich überlang kann, weil der Silox kann hier mehr aufzeichnen, als er sieht. Weil er einfach magic ist. Weil er auch jetzt nicht geschafft zu explodieren, irgendwie. Ja, es lohnt jetzt nicht, irgendwie da hoch zu... ...Grab nailen, wenn... ...ich gar keine Ausdauer habe. Oh, falsche... ...falsche Tastee. Wow, okay. Ey, ich habe so keine Ahnung, wo ich hin soll. Okay, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Denn dann kann ich jetzt erstmal... Oh Gott, bitte, ey. Falsche. So. Ja. So. Hängen. Wow. Wir sehen was, Leute. Tatsächlich ist es mir nun gestattet, sehen zu können. Zack. So. Und hier hoch. Vorsicht, dass ich nicht den Part krass überziehe. Ich will wissen, was ich mit dem Glitzer machen soll. Okay. Also auf jeden Fall geht es hier dann nicht mehr weiter. Tschüss, komisches Pflänzchen. Okay. So viele fallen. Warte, diese, ich soll jetzt dann... Okay, wie komme ich da hin? Ach, der Viren-Sack findet schon einen Weg. Ah, warte, da oben war ein Phantom-Protokoll. Und ein paar Punkte. So. So. Au. Au. Oh mein Gott, dieses fies WTF. Das ist mal eine richtig crazy Explosion oder so. Also wenig Punkte bringt es, aber nicht auf jeden Fall. Also gut XP bringt es auf jeden Fall. Wo muss ich lang? Einfach links, einfach links. Okay. Außer wenn du nach oben kannst. Dann nach oben. Hier kann ich nach oben. So. So hier, nee, hier sollst du nicht weiter. Hier sollst du jetzt runter. Mein Gott, das ist so verwirrend. Nö. Punkte. Wohoho. Wie viel brauch ich eigentlich für das Licht? Update 750. Okay. Ja, die hätte ich einfach gern schon gemaxt. Okay, das wollte mich runterhauen. War ich hier schon? Ja. Gut. Also immer weiter runter. So. An dem Gift zu empfehlen, vorbei. Denn ich bin ein Ei. Nee, weg. So. Immer noch vergiftet. Das macht mich nicht happy. Oh Gott, oh. Ich fühle mich also gar nicht hier. Vor allem, dass ich so wenig Leben habe. Das gefällt mir genauso wenig. Weil das Vieh da steht auf richtig krass Damage machen. Das ist voll sein Style. Aua. Nee, so dahin. So, durchrennen. Warum werde ich hier so nach oben? Okay, 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 Hilfe. Wohin? Ich bin so überfordert hier. Das ist so WTF verquast hier. Diese Höhle, die ist einfach nur so. Okay, irgendwie. Sorry, Kumpel, aber nö. Läuft das beim Viren-Sack hier nicht? Okay, das klingt jetzt irgendwie seltsam. Egal. Uhrzeit, okay. Ich wollte doch nicht mehr überziehen. Okay. Da geht's noch weiter runter. Aber es sieht so aus, als ob das Sümpfe wären. Aha. Gucken wir doch einfach nochmal. Ist ja nicht so, dass ich unter Zeitdruck stehe, aber ich suche halt einen Speicherpunkt und so weiter. Guck mal, hier habe ich mir noch kein EP. Okay, das Vieh sieht richtig gut aus. Gehen wir mal. Lol. Okay, die Vieh sind richtig böse. Die mag ich gar nicht. Weil es scheint mir so, die können, ähm, meine Schüsse zurückwerfen. Also, so macht es bis jetzt jeden Eindruck auf mich. Okay. Ich habe jetzt auf jeden Fall fast noch die Punkte zusammen für Dingens. Oh, nein, hier wäre jetzt der Patze. Aber, man, ich muss jetzt da weiter runter. Ich muss da jetzt weiter runter. Ich habe so wenig Gesundheit. Aua. Licht. Okay. Ich bin richtig low health. Okay, damit ich auf jeden Fall die Punkte jetzt nicht noch verliere, ganz schnell leicht das Licht maxen hier. So, was macht das Licht jetzt eigentlich genau nochmal? Also, Inflict of maximum stamina has damage to army. Okay, das ist ziemlich witzig, wenn ich das richtig verstehe zumindest. Ich finde jetzt Schaden irgendwie durch mein Licht oder so. Gehen Sie bitte weg. Ich ertrage keinen Schaden mehr. Oh, mein Gott. Gehen Sie alle weg. Habe ich ganz vergessen. Die habe ich ja schon vom Vulkan kennengelernt. Oh, mein Gott. Oh, so low health. Ich will doch nur einen Speicherpum. Wow, okay, okay, okay. Okay, mehr low health geht glaube ich kaum. Also, oh scheiße. Ich bin nach einem Schleimball weg. Oh Gott. Schweben rettete soeben mein Arsch. Die Regeneration ist richtig scheiße. In dem Spiel hier. Ich weiß echt nicht, ob ich hier jetzt echt noch einen Speicherpunkt finde. Da ist ein Checkpoint oder Undiscourced. Da muss ich hin. Okay. Ich muss jetzt einfach nur durchrennen. Okay, warte. Wo muss ich hin? Ich muss auf dieser Ebene bleiben. Okay. Ich darf jetzt nicht runterfahren. Okay, und da haben wir noch einen Checkpoint. So, ich bin euer Virensack und ich beende hier den Part in der dunklen, gruseligen Höhle mit den gruseligen Viechern, die kein Mensch leiden kann und nie jemand leiden kann, wird. Und, oh mein Gott, ist das ein krasser Dungeon. Der ist ja noch schlimmer als das da oben. Also, euer Virensack. Ciao, ciao.